Es sieht einfach nur anders aus, die Mushroom Workbench, sonst kann die gar nichts anderes. Aber ich kann auch Mushroom Wall machen und Mushroom Door. Sehr gut, Mushroom Shear. Du kannst aus den blauen Mushrooms alles mögliche craften inzwischen. Sehr gut. Ja gut, es war etwas anderes. Sticky Bomb, Sticky Glow Stick. Da hab ich zu wenig Gold um. Purple, Yellow Torch, Blue Torch, Torch. Oh, Tatsache. Ne. Wofür hast du zu wenig Gold? Eine Spitzhacke. Ok. Dann pack ich hier mal einfach alles rein. Ähm, ja. Ich guck grad mal. Ähm, achso du hast jetzt schon nen Helm dir gemacht, ne? Ja. Guck grad mal. Kann ich mir... Oh. So wie hab ich zu weit gescrollt. Tanks'n Helm kann ich mir machen. Das bringt mir wahrscheinlich nix auf hier. Ähm, was? Du hast ne Gold Spitzhacke mit 50% Pickaxe Power? 55% nein, aber ich hab zu wenig Gold dafür. Ok. Steht da auch, can mine meteorite bei der Gold Pickaxe? Wahrscheinlich, ne? Weil ich hätte... Können wir jetzt in den Tanks nen Pickaxe machen. Die kann meteorite abbauen. Ne, also Gold hat 55. Ok. Dann hast du noch ein bisschen mehr. Dann kannst du wahrscheinlich das auch. Iron Greaves. Ich glaub ich mal hier. Genau. Das mach ich mal. Zack. Erstmal hier Iron... Iron Brust. Lass die mal ausprobieren hier. Ok. Das waren Bomben. Ne, ne Granate. Achso. Sollte die mal ausprobieren, wie weit die fliegen unsere... Tinbo, ok. Iron Bow, no Knockback. Machen wir jetzt auch mal hier ne neue Pickaxe. Äh... Iron Pickaxe braucht wahrscheinlich keiner von uns, oder? Ne. Ich hab außerdem schon eine irgendwie. Ja, wenn wir doch reinpacken. Macht's nicht kaputt dabei. Bring hier unschuldige Vögel um. Warst du unschuldige Vögel? Ja. Keine unschuldigen Vögel. Vögel sind immer schuldig. Oh, stopp. Da wollte ich hin. Ich habe kein Holz mehr. Ja, warte ich kann dir kurz welches geben. Nö. Passt schon. Äh, ich muss bloß irgendwie den ganzen Kram mal weg tun, den ich hier hab. Oder halt verbauen. Ui, ein Kronleuchter. Jo. Ich hab zwei davon mitgenommen, von da unten. Was wirfst denn du? Du stufst jetzt schon wieder, oder was? Äh. Ich darf einfach schuriken. So, das ist auf jeden Fall das Wertvollere hier. Die ganzen Metallbarren. Opo. Erze dazu. Nein. Massive Copper Eggs. Plus 18% Size. What the fuck? What the fuck? Es gibt echt komische Sachen. Okay. Lul. Den Guide greift eigentlich niemand mit Absicht an, oder? Nee, nur wenn du zu wenig vorbeilaufen und greifen die Hälter an. Ähm. Da ist noch. Die Statuen auch mal alle hier so hinpacken. Ja, warum nicht? Wie komm. Wie komm. Wie komm? Wie komm. Wie komm. Was denn du? So. Dann können wir uns da da draussen. Ähm. Alter, jetzt kommen schon grüne Augen hier vorbei. Gib mir mein Frauenstar. Ich hole mal noch ein paar davon, ne? Vielleicht schaffe ich mal 5 zusammen zu kriegen. Für einen Mana Upgrade. Warum auch noch 10 für einen Mana? Nein, 5, oder? Haben sie es geändert. Ich glaube 10. 10 wäre echt viel. Ich hoffe ich sterbe jetzt nicht an irgendwelchen Zombies oder so ne Scheiße. Da habe ich mir gerade auch gedacht, weh ich sterbe jetzt schon wieder. Ja, nichts neues. Ne, nicht so richtig. Aber hier drüben kommt dann der Crimson Bereich. Aber doch mit dem... Mit dem Haken ist es dann doch relativ geil. Ja, weil der beim Hin- und Rückflug, ne? Macht der Schaden, oder? Ja, ich glaube schon. Wie man den mal trifft, ne? Wie viel kommen denn jetzt hier? WTF? Alter! Ich gehe weiter. Oh, okay. Scheiße. Das wird jetzt komisch. Das wird sehr komisch. Du hast gerade 20 Leben bekommen. Okay. War zwar knapp, aber... Ja, da kommt noch mehr. Baseball. Mit Augen. Von hinten kommt ein Lilames. Ich treffe es gerade zurück hier. Ich wollte es gerade noch ansagen, dass er gerade so ernst von mir zu dir gestorben wird. Ja, sicher. Am Arsch, Junge. So, jetzt heißt er, run. Ich habe keine Chance mehr, Mann. Elf Leben, mach einmal und ich bin tot. Ja, auf einmal ist alles zu dir. Alter, Gott sei Dank habe ich diesen Wiederbelebungsring. Wiederbelebungsring? Ja, der macht, äh, schneller Gesundheit. Achso. Da wird wirklich stehen. So, ich habe ich noch. Ich glaube, wir müssen mal mehr, mehr Dinge spawnen. Weil ich habe schon zwei Gold und habe immer noch keinen, keinen Händler. Ja, ja, einen Händler sollten wir schon mal haben. Ja, deswegen sollten wir vielleicht mal ein bisschen unsere Wood Walls oben ausbauen. Ja. Ey, ich weiß gar nicht, zählen diese, diese Bretter dazwischen? Die zählen doch, glaube ich, gar nicht als, als Raumteiler. Doch, tun sie. Sicher? Ja, ich habe es schon früheren Versions gemacht. Okay, dann dauert es wieder hin. Glaube ich. Ich dachte, du kannst bloß in der Mitte sozusagen einmal hochspringen machen und dann musst du immer links und rechts davon... Ich glaube, das war sogar richtig. Okay. Also. Ja, ich glaube, du hast recht. So habe ich es nämlich, glaube ich, auch gemacht. Also reicht ja, wenn du irgendwie hier in der Mitte so einen Bereich machst, wo man hochspringt. Ja genau, wo die dann hoch hüpfen. Die wertvollen Crafty-Materialien habe ich immer noch hier alle abgelegt. Ja, wir, wir, wir spielen ja nicht den Easy-Nuke-Mode. Ähm. Keine Ahnung. Holz, Holz, Holz. Achso, ich habe gar kein Holz mehr. Aber die Bäume sind hier in der Version extrem zurückgegangen. Irgendwie. Das klingt, glaube ich, extrem von der Map ab. Hat auch schon eine Map, wo es deutlich mehr Bäume waren. Okay. Ja, ich pflanze mal ein paar. Ja, mach. Oh man, nervt mich doch nicht da unten. Ich glaube, ich kann doch einfach ein Steinhaus bauen, weil ich habe so viel Stein. Holz habe ich nicht so viel, aber Stein. Ich glaube, ich wollte einfach mal hier auf der anderen Seite sozusagen ein Steinhaus. Ja. Oh. Vor uns da. Ich habe hier sogar fünf. Ja, jetzt kannst du mal probieren, ob es geht. Ja, mit fünf. Okay. Ein Mana-Kristall. Yay. Jetzt habe ich 40 Mana. Wuhu. Wuhu. Ja. Hast du eine Ahnung, wie groß das Haus sein muss? Äh, ist glaube ich egal. Du musst halt nur eine Tür haben in, äh. Ähm. Sag's mir. Nicht egal. Doch, ich glaube nicht mini klein machen. Sehr lustig. Was? Du mich eigentlich doch in meinen Namen. Was? Wenn du meinen Namen noch siehst. Ja. Ja, aber du bist irgendwie gerade unsichtbar. WTF? Unsichtbar, kein Frank. Das ist voll lustig. Aber ich kann ja trotzdem nicht bauen, wo du bist. Das ist total nervig. Okay. Ah nein, warum sieht das Auge mich? Das sieht dich nicht, aber das berührt dich trotzdem. Oh, scheiße. Du bist bloß unsichtbar, nicht unverwundbar. Okay, jetzt ist gleich das zu Problem. Aus dem Nichts taucht ein Haken auf. Alter, wie creepy das aussieht. Sieht wirklich aus wie aus dem Nichts, ey. Du brauchst das Loch mäßig. So, ich muss noch ein bisschen was craften, um das Haus hier fertig zu machen. Türen. Hey, das ist schon verdammt lustig irgendwie. Sichtbarkeitstränke, ey. Es wird Tag. Die Musik verändert sich. Ja, hab's auch gerade gehört. Wuhu. Du hast so keine Orientierung. Loll, ich steh ja draußen. Ja, ich glaube schon. Ich versuch die ganze Zeit in den zweiten Stock zu schicken, aber irgendwie funktioniert das nicht und ich wundere mich dann warum. Äh, du stehst draußen. Lass uns mal Wände bauen hier für unsere... Oh, ich bin wieder sichtbar. Das ist natürlich schön. Das siehst du auch immer links oben. Jetzt hast du deinen Kavitationsgangs ausprobiert. Alter, Augenkrebs. Du fliegst wahrscheinlich extrem durch die Kante, oder? Äh, ich hoffe du hast alles Wichtige abgelegt, ne? Für den Fall, dass irgendwie... Was passiert eigentlich, wenn man zu weit nach oben fliegt? Ich glaube irgendwann das Ende einfach. Ja. Also hier sind Harpieren auf jeden Fall schon mal. Ja, dann ist er auch in der Sky Island. Okay, Justice Arrow. Ah! Okay, du kannst sogar Zauberte verzaubern. Okay, krank. Ähm, ähm. Was hast du denn jetzt geschafft? Ich wurde längst gefaltet. Ja, das habe ich gesehen, aber wie hast du das jetzt geschafft? Ja, die, die, äh, Harpieren wandert. Achso. Irgendwie hat das nichts damit zu tun, mit dem wie du wirklich stirbst. Ich hoffe, du hast alles Wichtige abgelegt. Äh, ja. Aber ich möchte trotzdem die Sachen gerne wieder haben, die verloren. Weil du hast ja nicht mehr, oder? Achso, du warst ja unten. Ich dachte, du warst oben. Äh. Ne, ich war nicht so mega weit weg. Ich müsste gleich wieder da sein. Ich glaube, jetzt brauche ich ihn für einen, nachher, Tisch und Stuhl. Toll. Sehr gut, ich brauche nur zwei, zwei Stühle. Also ich habe meine Sachen sind genau darunter gefallen, wo dieses komische Biom anfängt. Dieses rote Biom. Ja. Aber dann, äh, sei schnell. Oh, 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 die Harpier. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich vermute mal, die Harpier hatte ich gleich. Ne. Ich muss noch irgendwann gucken, wir brauchen noch mehr Holz, definitiv. Aber, ihr könnt ja nirgendwo hin. Stimmt, da war ja was. Ja, eben. Wir haben ja schon voll viele gepflanzt. Ich bin nervig. Ja, ich bring gerade noch ein bisschen mit, so viel ich halt kann. Äh, ich geh auch noch ein bisschen abhacken. Also direkt alles neu pflanzen, muss man an Pflanzzeug kriegen. Go, go, go. So. Kommt, der, greift der Slime mich jetzt an. Nein, da ist, da ist Muttersleim. Ja, ich hab meine Waffe grad halt nicht ausgerüstet, irgendwie. Ich wird ja ne Maus lustig, wenn du, während du redest. Klingt so schön im Hintergrund. Ja, der Großmembran ist meiner Meinung nach auch viel zu empfindlich. Na gut, das ist ja Einstellungssache, oder? Na gut, ich kann jetzt halt noch mehr runterdrehen, aber dann finde ich es echt ein bisschen zu wenig. Weil ich sehe ja hier neben mir die Tonspur. Achso. Ja, kann sein. Das ist schon ein bisschen krass. Wenn ich den jetzt auf volle Empfindlichkeit stelle, dann höre ich mich echt scheiße an. Ja, der besteuert es wahrscheinlich, ja. Aber nur ein bisschen. So ganz Mini-Mü, ja. Ja, ja, so ganz Mini-Mü. Und, äh, aber wenn ich dann nicht im Raum bin, dann hört man sogar das, was die im Gang reden, klauen deutlich. Das ist schon fast, äh, schlimmer wie ein Spionage-Werkzeug. So, ähm, brauche nur zwei Stühle. So. Juhu. Okay, du hast es. Was habe ich? 64 Holz. Jo. Ich hab' genug. Ja, ich hab' sie grad noch 64 gegeben. Achso, ich hätt' auch so genug von gehabt. Na egal. Ups. Ich bin gespannt wann dann die Mannekes kommen. Ja ich hoffe es ist groß genug. Müsste eigentlich groß genug sein. Bin mir nicht ganz sicher war der Meinung es gab da Minimalvoraussetzung von der Linken. Also ich weiß nur Tisch, Stuhl und Tür. Ist immer noch ein bisschen größer dann passt das schon. Willst du eigentlich noch Far Cry 3 oder sowas in der Richtung? Ich hab Far Cry 3 einmal durchgespielt und hab mir dann gedacht okay reicht. Kennst du die Blood Dragon Version? Ja aber die spiele ich nicht selber sozusagen. Ich hab die aber schon ein paar mal in irgendwelchen Videos gesehen ja. Verdammt cool. Aber Grafik zocken das ist unglaublich. Boah. Ja also selbst die meine 770 packt das nicht auf Ultra wenn ich aufnehmen will. Ja gut wenn man aufnehmen ist immer noch etwas ganz anderes ne. Ja ansonsten bist du immer so knapp bei 30 FPS. Und wenn ich dann auf vierfache Kantenglattung umschalte dann ist es okay. Der Merchant has arrived weißt du? Geht schon ganz schnell. Juhu. Ein Tauberer oder was ist der Merchant? Nein. Das ist ein Händler. Wo ist der? Der müsste ja irgendwo. Da oben auf unserem Haupthaus läuft der gerade rum. Wie immer der da runterkommt ohne sich weh zu tun. Äh. Gar nicht wahrscheinlich. Sehr gut. So. Komm. Komm Opa. Die ist groß genug für dich. Zumindest kann man jetzt mit dem reden. Du bist halt Arsch ey. Schau. Ja wenn er nicht freiwillig will. Achtung. Geschäft. Aua aua. Ne ich hol mir erstmal ne Piggybank. Hier kannst du Kasselschuss holen. Merkmannshelm. Acht Gold. What the fuck. Jaja. Aber der ist echt gut. Der ist echt gut. Der ist echt gut. Mach ich erstmal ne Piggybank. Ne hier so ne Piggybank hab ich schon. Stell ich jetzt hier auf. Hupfer. Das ist sozusagen die persönliche Bank. Das Ding. Achso. Den kann man auch Sachen verkaufen gell? Ja. Kannste. Ah so. Und die Nurse ist auch noch direkt da. Und so kleine Krankenschwester. Kaufspreis. 4 Silber für ne Eisenspitzhöcke. What the fuck. Wir haben ja nochmal. Das lohnt sich ja sogar. Boah. Glibber. Ne. Bogenschießtank. Kannst du kein Glibber verkaufen. Fessel. Was ist ne Fessel? Ne Fessel? So. Fragst mich zu viel. Wie sieht das aus? Äh. Verkauft ihr das oder? Ne. Hab ich. Ach Shackle. Das ist einfach nur was zum Equippen. Das kannst du. Kannste dann hier. Accessoire Bereich tun. Rechts. Ja gut. Wenn's nur dat ist. Dann kriegst du nen Defense mehr. Brauch ich eigentlich nicht. Nee. Blue Seeds. Hast du mir noch Woodwall umliegen gelassen ne? Oh. Das könnte sein. Mehr war's aber nicht. So jetzt mach ich hier erstmal oben das Loch wieder zu. Oh. Ich sollte mal ganz dringend was nachschauen. Wegen dem Platz auf der Festplatte. Wir können auch erstmal für heute sozusagen aufhören. Ja. Sind hier an einer ganz guten Stelle würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Bis bald an die Zuschauer und wir sehen uns sozusagen demnächst. Ja genau. Bis bald.